Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute die digitale OLED-Technologie erklären und vor allem auch die Unterschiede darstellen zur klassischen OLED-Technologie. Als Beispiel dient uns das Fahrzeug Audi Q5. Wir haben hier OLED-Hackleuchten mit der sogenannten digitalen OLED verbaut. Im Zuge der Digitalisierung haben wir es geschafft, die Anzahl der Segmente pro OLED-Lichtkachel zu erhöhen. Das heißt, wir haben einzeln ansteuerbare Segmente. Hier sechs Stück pro OLED-Element. Wir haben drei dieser Kacheln verbaut. Wir nutzen das Ganze, um gemeinsam mit unserem Lichtdesign personalisierbare Grafiken zu gestalten. Das heißt, der Kunde kann sich hier verschiedene Signaturen im Configurator auswählen. Wir haben weitere Vorteile der Technologie wie sehr hohe Homogenität, perfekter Kontrast und minimale Segmentabstände. Es ist so, hier im Beispiel Q5 hat der Kunde die Wahl, aus drei verschiedenen gestalteten spezifischen Signaturen auszuwählen. Diese Signaturen kommen auch mit einer maßgeschneiderten Coming-Home- und Leaving-Home-Animation, wird ergänzt von der sogenannten dynamischen Blinklichtfunktion. Als weitere Grafik haben wir hier diese Signatur. Diese ist verknüpft mit dem Fahrzeugzustand Drive-Select. Das heißt, wenn der Kunde diesen Fahrzustand im Drive-Select auswählt, zeigen wir hier eine sportliche Grundgrafik im Heck des Fahrzeuges an. Als weitere Funktion Richtung Fahrzeugsicherheit haben wir eine neue Funktion implementiert in den digitalen OLED-Hackleuchten. Diese nennt sich Hintermannerkennung. Das heißt, steht das Fahrzeug auf der Straße und es nähert sich von hinten ein anderes Fahrzeug an und fährt in einen Erfassungsbereich von kleiner zwei Meter, ist es so, dass alle Segmente innerhalb der OLED-Panels automatisch auf volle Helligkeit hochgedimmt werden. Es findet eine sichtbare Flächenvergrößerung statt. In Summe ist es so, die digitale OLED-Technologie ist für uns eine Technologie-Plattform, die uns sehr viele Möglichkeiten Richtung Personalisierung des Lichtdesigns möglich macht, aber auch neue Funktionen Richtung Fahrzeugsicherheit ermöglichen wird und jetzt schon ermöglicht. Lassen Sie sich überraschen, was noch alles folgen wird.